Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Finanzen heute am 22. August 2017? Etwas beenden oder etwas kündigen kann einen finanziellen Vorteil haben. Die Gespräche sollen eher zurückhalten. Ein Termin ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben hat eher Nachteile. Also sollen wir geduldig sein. Es bewegt sich etwas an, das ist auch ein Wachstum und kleinen Gewinne. Aber es ist noch sehr bescheidend. Das größere Gewinn lässt sich noch warten. Wodrauf wir achten sollen, das ist die Gerechtigkeit. Weil das spielt auch eine Rolle. Mit ungerechten Handlungen können wir Geld verlieren. Falls jemand Interesse hat, ihren persönlichen finanziellen Situation verbessern. Und die richtigen Augenblicke erkennen und auch wie man investiert oder wo man investiert. Da kann ich das astrologisch berechnen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und ich freue mich natürlich auch auf die Verbindungen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für heute. Ich bedanke mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Dr. Oh, Tка. Und ich wurde dann schön, aber. Sprech, ich k Historische und ich bin natürlichvos. Ich bin froh, dass ich mich fühlen. Was tenho doh.